Heute ist es mit dem Spoken bei Papa-Pfad und Ruiz-Edel-Talk-Tour. Einbrechen, ohne dass Sie davon wissen. Wir sind davor bei einem Stream eingebrochen und die Fahrt war auch ganz lustig. Viel Spaß. Da hat mich mein GPS hingeführt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich bin in meinem Tesla-Jahr. Jetzt ein paar Beauty-Shots. Ich bin jetzt in Köln. Ich hole jetzt eine Person ab. Die seht ihr gleich. Und ich bin komplett falsch gefahren. Und ein alter Opa hat mir gesagt. Und dann bin ich. Juckt keinen. Hier, guck, wer der ist. Komm rein, komm rein. Wo ist das? Ich wüsste, wie die Kacke ausgeht. Oh mein Gott. Rob's Chips? Sorry, Bro. Sorry. Ach so, es ist grün. Nein, du hast Riegel mitgebracht. Das war eigentlich die Überraschung. Wir gehen ja in den Talk. Digga, schau dir an, mit was ich da hingehe. Digga, hast du ein Smoking dabei? Smoking. Nein! Smoking mit Hose und drunter ziehe ich an. Honeido-Trikot. Digga, wohnst du da drin? Wir gehen jetzt zu pissen. Alter, was ist das hier? Digga, das ist ein Garten von irgendwer. Ich pisse jetzt. Hier, halt die Kamera. Ja. Pisst du gerade? Ja. Iiiiii. Nein. So, wir gehen jetzt zu viel. Wir brechen da jetzt ein. Und nicht sein, drei Cent. Digga, ich glaube, das sieht doch viel aus. Halt dich, halt dich. Digga, mach auf, mach auf. Mach auf. Mach auf. Digga, mach auf. Wir sind einfach über vieler, Bro. Warte, Digga, du. Oh, Gott. Danach geht nicht mehr auf. Danach geht nicht mehr auf. Digga, bist du dumm? Warte mal. Digga. Warte. Das ist... Nein. Nein. Doch, das... Oh, Digga. Das ist der ekelhafte Ratte. Ja, guck, die Ratte, Digga. Oh, fuck, yeah. Digga, die geht bei Filo. Die geht bei Filo. Digga, what the fuck? Nah, bro. Nah, nah, nah. Warte mal. Er wacht auf. Er wacht auf. Er wacht auf. Warte mal auf Zeit. Er wacht auf. Ja, obviously, habe ich Polizei gerufen, schon. Ich bin nicht weg. Also, ich bin nicht easy. Digga, nein. Wenn der Polizei gerufen hat, bist du... Den musst du sein, Bro. Der, der, ich glaube, der hat, der hat, der hat, der hat Polizei gerufen. Oh, mein, mein, mein Gott. Mach auf, ich ziehe das nicht auf. Digga, ihr Mönch. Oh, mein Gott. Hast du wirklich die Polizei gerufen? Du hast ihn nicht die Polizei gerufen. Nein, nein, nein. Hausverwaltung, Hausverwaltung, aber Jochen kommt gleich rum. Hä, kommt wirklich jetzt einer? Ja, Jochen. Scheiße, Digga. Korrekter Abi-Arbeit. Digga. Digga. Söhne. Was dachtest du, wer wir sind? Wow, wow, wow. Die andere Frage, warum bist du da echt Scholfpapier? Warum bist du Toilettenpapier neben der K***, meinst du? Äh, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Kannst du mich absagen? Oh, mein Gott. Alter. Ja. Ja, findest du die? Die ist hot. Äh. Äh. Was denn? Oh. Was ist jetzt so hoch? Digga, was ist das? Für uns? Die wurde aktiviert. Black-Apfelkottel? Black-Apfelkottel hat er schon abgelenkt. Noch mal. Noch mal. Ich tue. Digga. Ahaha. Digga, du hast Geodreieck in der Augen drauf, Digga. Das ist great. Voraus keine Geodreieck mehr in der Schule, Digga. Oh. Ah, das sieht doch noch gemein aus. Oder nicht? Das ist noch nichts, das ist noch nichts. Bro, das sieht aus wie so verschoben. Ja, siehst du das? Ja, das sieht aus wie verschoben. Und der zählt noch nicht so ganz. Doch, doch. Das passt. Wir müssen gehen. Ja, ja. Wir müssen halt hier. Halt. Hier soll ich rein? Ja. Wenn wir so passt, dann fahren wir. Jo, mach zu das Ding. Wenn du es ein bisschen... Jo! Hallo Lena, hörst du gerade 100% alleine? Ja. Okay, okay. Ich bin gerade im Auto mit Hugo und Wichtiger. Hallo. Hallo. Hugo will sich reinschleichen mäßig. Verkleidet als Bär oder sowas? Nein, ich habe Smoking mit Sonnenbrinnern und alles. Sagt euch doch Bescheid, wann ihr da seid. Ja. Dann sage ich euch, wo ihr reinfahren könnt. Ich sage ihnen aber nicht Bescheid. Okay, ja. Das ist gut. Der muss überrascht sein. Ich werde super überrascht sein. Das ist scheiße heiß. Boah, ist das krank. Alter. Boah. Riese Gött. Ey, guck da ist der Mond. War voll so. Ohhhh. War voll so. Ey, hier ist Gamescom und so. Ja. Wie sind schlimme Dinge passiert. Oh. Erzähl mal eine schlimme Sache. Boah, da wurden einige nicht auf die Liste geschrieben, oder? Mach deinen Fenster mal runter. Und jetzt gibst du ihm so das Zeichen, dass er auch runter machen soll. Und wenn er runter macht, machst du deinen Zug. Oh. 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 Sehr gute Show. Sehr gute Show von den Männern. Start! Ich bin's schon. Ja, ich hab gerade Vivi kennengelernt, sehr freundlich. Ähm, ne Nette. Passt gut auf sie auf. Oh, wie arzt! Der war halt nackt! So, ich bin jetzt alleine und ich hab mich jetzt dazu entschieden, damit der Tag am besten ausklingt. Gehen wir jetzt noch mal zur Stege hin, der weiß von nix. Digga, ich bin komplett falsch gefahren. 13 Sekunden, ich muss jetzt halbe Stunde noch mal zur Stege und dann noch mal 3 Stunden nach Hause. Digga, wenn ich das schaffe, bin ich ein Gott. Und das alles an meinem fucking Off-Day, Bro. Lacksch. Digga, mir geht's so scheiße. Digga, ich bin geblitzt. Gehen wir zur Stege und sagen Hallo und verpisst mich wieder, Alter. Das war eine Überraschung. Was machst du mit dem Handy? Ich fühl mich selber. Oh mein Gott. Es ist 9 Uhr und damit ist auch mein Streak beendet. Vierer Daily Stream. Aus. Die Streak ist vorbei. Ich bin nicht mehr live gegangen. Schade. So, und das Happy End vom Tag habe ich noch mein McDoys. Willkommen, Digga, let's go. Und ich bin sogar am selben Testinstitut. In der selben Testinstitut, wo ich damals gekackt habe, habe ich eine Story mit Stream erzählt. Und zwar genau da habe ich gekackt. Aber ich esse jetzt erstmal fucking McDonalds, Digga. Und hier, boom, boom, boom. Digga, boom. Abfahrt. Das war's auch mit dem Vlog an der Stelle. Meine Streak ging kaputt. Ich wurde geblitzt. Ich habe Kevin getrollt. Ich habe Philo getrollt. Cooler Offday an der Stelle. Dann fahre ich jetzt nach Hause. Bin um 3 Uhr da. Gehe pennen. Und dann schiebe ich wieder. Also, das war's mit dem Vlog. Ciao.